Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Cool Savage, Aghori. Im Februar 2019 erschien das letzte Album KKS. Im März 2019 folgte direkt danach noch das Mixtape Rap Genius 2. Jetzt steht das sechste Soloalbum von Savage an. Der Albumtitel Aghori bezieht sich auf die gleichnamige religiöse Glaubensgemeinschaft in Indien und bedeutet so viel wie die Furchtlosen. Aghori beinhaltet 15 Tracks, Features kommen unter anderem von Edo Saiya, Motrip und Sido. Das Album kommt über S.A. Entertainment und erscheint als CD und auch als Box. Eloquent und Hulk Hoden, Fahrstuhlmusik zum Schafott. Das letzte gemeinsame Projekt der beiden mit Kanonen auf Spatzenschießen erschien im Jahr 2015. In den Jahren danach waren beide Künstler sowohl Solo als auch mit diversen anderen Kollabos sehr aktiv. Fahrstuhlmusik zum Schafott kommt mit 20 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Der Täubling, Nepomuk und Retro-Gott. Das Release kommt über Sicht Exot und erscheint als Vinyl. Finch Asozial Fließentisch Romantik 2 Der ostdeutsche Hesselhoff meldet sich zurück. Im Februar 2020 erschien mit Finch's Love Tape das letzte Album von Finch Asozial. Jetzt steht der Nachfolger seiner Debüt-EP an. Die Tracklist und eventuelle Features wurden bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das Release kommt über Walk This Way Records und erscheint als Bundle. Monet 19.2 Four Seasons Im Juni 2020 veröffentlichte Monet sein Mixtape A Medical Heartbreak. Nach seinem Mixtape und diversen EPs steht nun das Debütalbum des jungen Schweizers an. Four Seasons kommt mit 15 Tracks. Features kommen unter anderem von Bad Moms J und Takt 32. Das Album kommt über Warner Music und erscheint als CD und auch als Box. Mein Kopf zerplatzt 3 Im Jahr 2007 erschien mit Mein Kopf zerplatzt der erste Teil der Trilogie. Ende 2013 wurde dann der zweite Teil nachgelegt. In den Jahren danach folgten dann noch diverse Kollabo-Projekte. Jetzt steht Teil 3 an. Mein Kopf zerplatzt 3 beinhaltet 16 Tracks. Features wurden keine bekannt gegeben. Das Release kommt über Hirntot Records und erscheint als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.